Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillgamerTVs Video und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening von mir. Ihr wisst ja Bescheid, welche geilen Spieler jetzt gerade im Team of the Week sind. Rechts unten kann man die drei Bestbewährtesten nochmal erkennen oder sehen. Messi, Thomas Müller und Mario Götze sind die drei Bestbewährtesten Spieler. Richtig geile Spieler im Team of the Week. Wir haben hier zwei Sets, die wir jeden Montag bekommen. Einmal das Season-Ticket und einmal ein Gold-Set. Außerdem gibt es doch Promo-Sets, nämlich 3,50 K-Pack. Richtig geil, die werden wir natürlich alle öffnen. Ist natürlich selbstverständlich, läuft in 50 Minuten ab. Also ich bin mal schon etwas spät auf. Also ich dachte schon, die sind um 18 Uhr abgelaufen, laufen um 18 Uhr gerade hoch. Aber dann sehe ich eine Stunde noch und habe mir gedacht, geil, die kannst du noch alle drei ganz entspannt mit euch natürlich auch öffnen. Viele werden sich jetzt fragen, warum auf dem PC nicht auf der PS4? Ich muss dazu sagen, mein Elgato ist kaputt gegangen, dieses USB-Dings. Also die Elgato ist sehr teuer, aber dafür ist sie, ja keine Ahnung, fühlt sich irgendwie billig an vom Design her, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen ist das so ein ein, wo man diesen USB-Kabel-Dingsbums da reinsteckt. Da ist irgendwie kaputt gegangen und deswegen zeigt er mir auf dem PC kein Bild mehr an. Aber ich habe schon angerufen, kriege eine neue, die alte muss ich einschicken, war noch Garantie drauf. Richtig nice, aber die kommt erst, die haben sie heute losgeschickt. Also ich nehme das am Montag auf, also ich denke mal Dienstag oder Mittwoch wird das dann ankommen. Aber die 50k-Pack wollte ich dann halt gerne öffnen und deswegen öffne ich die jetzt auch auf dem PC. Öffnen wir hier erstmal, dass Goldset lange drumherum herredet. Jetzt geht es los. Hier haben wir Moja drin, jedenfalls ein seltener Spieler hier. Haar können wir mal zum Verein senden. Dauert natürlich vielleicht sogar ein bisschen länger als auf der PS4, dieses ganze Abstoßen und so weiter. Und der Transfermarkt geht ja in der Web-App leider nicht. Wir überspringen und haben leider keinen seltenen Spieler drin. Zwei seltene Manager, die können wir mal beide zum Verein senden. Hier haben wir noch Ibert drin. Der hat glaube ich früher auch mal in der Bundesdeal spiel. Bin mir aber nicht allzu sicher, muss aber eigentlich angehen. Und ja, das waren diese zwei Aufwärm-Packs. Wir eröffnen jetzt ein 7,5k-Pack, dann ein 15k-Pack und dann kommen die 3,50k-Pack. Hier haben wir leider auch nur Scheiße drin, muss man so sagen. Finisher, den kann man mal mitnehmen und den Rest können wir abstoßen. Verträge habe ich genug, Heilungskarten, ja. Aber egal, 15k-Pack. Wir hoffen natürlich auch auf ein Inform natürlich. Dauert hier jetzt gerade ein bisschen länger. Ja, ich hoffe, was ist jetzt hier gerade passiert. Hallo. Na, stand los. Das Geld wurde mir abgezogen. Oh, jetzt kommt die Animation. Und wir haben Manzukic drin. Williams. Manzukic. Speicher die Objekte einmal schnell und dann sehen wir uns beim nächsten Pack wieder. Bis gleich. Das erste 50k-Pack steht an. 12 Spieler sind drin. Alle Gold, alle selten. Die Hoffnung auf ein Inform auf Leone Messi. Inform ist groß. Wir überspringen das erste Pack nicht. Und wir haben Shinji Kagawa drin. Otamendi, der wurde auch geabredet. Kagawa wurde abgeratet. Unua haben wir drin. Ah, ich weiß nicht, ob Kagawa was wert ist, aber leider kein gutes 50k-Pack. Bekommt vielleicht 10.000 Münzen wieder raus. Also naja, sehen wir uns beim nächsten Pack wieder. Bis gleich. Das nächste 50k-Pack. Das zweite davon. Und wir hoffen, dass wir einen besseren Spieler als Kagawa drin haben. Wir überspringen und haben Didier Drogba drin. Ha. Bernhard haben wir noch drin. Paulinho. Ah, wieder kein gutes Pack leider. Bernhard können wir mal zum Verein senden. Aber den Rest kann man eigentlich wirklich abstoßen. Ah, Drogba können wir mal auch im Verein speichern. Den Rest können wir abstoßen. Und kommen somit zum letzten 50k-Pack. Oh, Mann. Ich öffne es und gucke erstmal ganz kurz weg. Und wir haben Lu... Ach, du Scheiße. Wow. Wow. Lord Bentner ist natürlich drin. Der ist natürlich 16 Millionen wert, obwohl man nur 15 Millionen bieten kann. Ist er 16 Millionen wert. Gibt es nicht. Nur Scheiße. Dünn. Da hätte ich lieber ein paar 15k-Pack öffnen sollen. Aber naja, weiß man ja immer vorher nicht. Also öffnen wir hier davon noch ein paar Stück. Ich hoffe, morgen kommen noch 100k-Packs. Das wäre richtig nice. Jogi Löw. Wieder kein seltener Spieler. Also, ich hatte schon eine Hoffnung, keinen Spieler zu zieren. Aber leider nicht. Leider war das Glück nicht bei mir. Vielleicht ist es jetzt vielleicht beim nächsten Pack bei mir. Jedenfalls mal seltene Spieler hier. Bidimo Zan von Galatasaray Istanbul. Position Karte. Kann man auch mal zum Verein senden. Schade. Ich habe echt gedacht, dass wir einen geilen Spieler heute ziehen. Und dass ich den endlich mal wieder feiern kann, weil wir einen geilen Spieler gezogen haben. Aber leider war es nicht so. Hazard haben wir drin von Gladbach. Leider der falsche Hazard. Oh Mann. Aber Hazard hat ja verlängert bei Gladbach. Und bei Schades. Also die beiden haben verlängert. Die beiden Brüder. Ah. Schon wieder die gleiche. Gibt es nicht. Ingo Martinez. Young and Beaver. Schwab. Abstoßen. 4.000 Münzen. Ich denke mal, morgen werden noch Special Sets kommen. Die 100 K-Packs. Die werden wir natürlich auch öffnen. Ist natürlich logisch. Hier haben wir Koke drin. Wieder einer von Atletico Madrid. Genauso wie Mario Mazzucic. Den Jürgen haben wir hier drin. Den Jürgen Klinsmann. Chemistik-Karten können wir auch mal mitnehmen. Ja und dann öffnen wir noch ein Pack. Das letzte 15 K-Pack. Kommt schon. Da muss jetzt endlich was Gutes drin sein. Wie wir überspringen diesmal. Und haben... Vincent Company drin. Yes. Geil. Letztes Pack. Und dann nochmal einen rausgehauen mit Vincent Company. Auf die Transferliste damit. Der Rest. Naja. Den können wir mal abschließen. Dann können wir nochmal ganz schnell gucken. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht schon. Aber ich denke mal so 8 Minuten. Keine Ahnung. Kann ich nicht gut ein... Ach. Man kann das ja gar nicht nachgucken. Naja. Dann könnt ihr ja selber nachgucken. Ich weiß echt nicht, wie viel er wert ist. Ich kann es schätzen. Wenn es gut ist. 80.000. Also ich habe echt keine Ahnung. Und weil es so schön war. Muss nochmal ein 15 K-Pack her. Aber da haben wir leider keinen seltenen Spieler drin. Und dann war es das von diesem Pack Opening. Wir haben einen guten Spieler gezogen im vorletzten Pack. Vincent Company. Und da würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Haut rein. Und... Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020